Heute zeige ich dir ein richtig geniales Feature, das in Logic 10.5 neu dazugekommen ist, mit dem du richtig tolle Sachen machen kannst, über das aber kaum jemand spricht. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Wenn du in Logic schneller und effizienter arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Jetzt geht es aber los. Dieses neue, aber noch weitgehend unbekannte Feature nennt sich Slip Editor. Und das ist richtig cool. Erstmal kurz zur Vorgeschichte. Diese Slip Editor Funktion, die ich dir gleich zeige, hat was mit dem Nudge Wert zu tun. Vielleicht weißt du noch gar nicht, was das ist. Deswegen müssen wir hier erstmal anfangen. Den Nudge Wert findest du, wenn du hier in erweiterte Werkzeuge gehst. Dann siehst du hier den Nudge Wert. Falls du den nicht sehen solltest, dann musst du in Ansicht gehen und Symbolleiste anpassen. Und dann findest du hier den Nudge Wert, da musst du das Kreuzchen machen. In Ordnung, dann findest du den. Was du bis jetzt machen kannst mit diesem Nudge Wert ist, du kannst Regionen verschieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Beat gehe oder sagen wir mal auf Takt und nehme diese Region hierher, dann kann ich über den Tastaturkurzbefehl Alt Pfeil diese Region immer einen Takt hin und her verschieben. Ja, soweit so gut. Ich könnte das auch nur mit Ticks machen oder Beats. Je nachdem, wie ich möchte, kann ich eine Region schnell hin und her schieben. Mit diesem Nudge Wert über Tastaturkurzbefehl Alt und Pfeil tasten. Jetzt kommt aber das Coole an diese neuen Slip Editor Funktion. Und zwar kannst du damit mit diesem Nudge Wert innerhalb von Regionen den Inhalt verschieben, ohne die Region zu verschieben. Das klingt jetzt erstmal krass, macht aber gleich Sinn. Wenn du hier, wir hören uns diesen Beat hier einfach mal an. Ganz normaler Logic Loop. Ich werde diesen Loop jetzt teilen und zwar in Takte, in gleichmäßige Stücke hier und zwar taktweise. Ich halte die Alt-Taste gedrückt, gehe hier mit meinem Scherenwerkzeug drauf und dann habe ich lauter gleiche Teile, immer taktweise. Und jetzt kommt diese Slip Editor Funktion ins Spiel. Und zwar kann ich jetzt hier den Inhalt der einzelnen Regionen nach vorne oder nach hinten verschieben. Wir schauen uns ganz nochmal kurz den Tastaturkurzbefehl dafür an, dass du den gleich siehst, beziehungsweise der anlegen kann. Du gibst hier einfach Nudge ein. Und dann ist der entweder schon festgelegt, war ein bisschen komisch, bei mir war er nicht festgelegt. Ich habe ihn jetzt einfach festgelegt und das ist bei mir Shift und Pfeiltaste, okay? Dann kann ich den Inhalt der Region nach links und nach rechts verschieben. Nehmen wir zum Beispiel mal die hier und ich bleibe hier oben auf Beat. Und wenn ich jetzt den Tastaturkurzbefehl Shift-Pfeil anwende, siehst du, dann verschiebe ich hier den Inhalt der Region und kann somit den Beat verändern. Verschieben wir mal hier, dann hier ein paar Beats nach vorne. Genau, vielleicht hier noch nach hinten. Und dann kommt was ganz anderes raus als am Anfang. Ja, wir können hier auch noch, wenn wir das ein bisschen kreativer machen wollen, kannst du dir auch das Rückwärtsfeature hier zunutze machen. Probieren wir es mal so. Mache ich jetzt willkürlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, was da rauskommt. Aber nicht so toll. Lassen wir es mal weg. Aber du könntest dieses Rückwärtsfeature hier benutzen. Müssen wir ein bisschen länger jetzt rum machen. Das ist jetzt natürlich schon mal eine sehr coole Funktion und kann so ein richtiger Kreativboost sein. Wenn du irgendwie, wenn dir deine Beats zu langweilig sind oder du willst irgendwie da ein bisschen was anderes probieren, kommst aber selber auf nichts. Dann kannst du hier den Inhalt von der Region verschieben, ohne die Region selber zu verschieben. Es hat aber auch noch einen anderen Nutzen. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach mal mit aufnehme. Ich werde jetzt hier klatschen und werde versuchen, ein bisschen falsch zu klatschen im Takt, was schwierig ist als Drummer, aber ich werde mein Bestes geben. Probieren wir es mal. Okay, habe ich falsch genug geklatscht? Okay, ich denke, es war ganz gut. Es war ganz gut falsch geklatscht. Und jetzt kommt diese zweite Funktion, die ich richtig genial finde und für die du dieses Slip-Editing einwenden kannst. Und das ist einfach eine rhythmisch unsauber eingespielte Spur zu korrigieren und zwar ohne dieses ganze Flex-Time-Gedöns. Ich werde jetzt mal den Wert hier nicht auf Beat stellen, sondern sagen wir mal auf 10 Ticks, weil jetzt muss ich ein bisschen genauer werden hier. Jetzt markiere ich das einfach mit dem Marquee-Tool und gehe wieder mit Shift-Pfeiltaste vor und kann so blitzschnell jetzt hier die Region anpassen. Der hier war ein bisschen zu weit vorne, auch wieder mit dem Marquee-Tool. Zack, das war es schon. Wieder Shift-Pfeiltaste. Shift-Pfeiltaste ist jetzt mein angelegter Befehl, der wird bei dir nicht funktionieren. Den musst du dir selber anlegen. Und hier kann ich das auch machen. Machen wir es mal kurz für alle, weil es so schnell geht und so Spaß macht. Ja, ohne Flex-Time einfach die Spuren hier direkt zurechtgeschoben. Es geht ruckzuck und dann musst du keine Flex-Time-Modi auswählen. Du hast natürlich auch keine Artefakte, so wie es bei Flex-Time passieren kann. Für so ein paar einzelne Schläge funktioniert das wunderbar. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Okay, der letzte war noch falsch, aber du weißt, was ich meine. Also, diese neue Sleep-Editor ist wirklich eine geniale Funktion. Und jetzt würde mich interessieren, hast du den eigentlich schon gekannt oder noch nie was davon gehört? Oder hast du überhaupt schon mal was von diesem Nudge-Wert gehört? Und wenn nein, wirst du dieses Ding einsetzen. Ich hoffe auf jeden Fall. Du musst dir, wie gesagt, nur die Tastatur-Kurzbefehle anlegen. Das geht ruckzuck und dann hast du ein geniales, neues, starkes Feature in Logic Pro X. Wenn du dich für Logic Pro X interessierst, ich habe noch viele weitere Videos. Schau dir doch mal zum Beispiel eins von denen an. Da gebe ich dir auch nützliche Tipps. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten freuen. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!